Wie seid ihr bei der einzigsten Linie, mit der man Spaß haben kann, ohne süchtig zu werden, hier ist The Lions Gaming Channel. So Leute, ich hab mir gerade die Diablo-Beta runtergeladen, hab schon mal gerade einen Charakter erstellt, und zwar meinen Witch Doctor, den ich erstmal ein bisschen ausprobieren will, und dann gibt's jetzt ein bisschen Let's Play Diablo 3, Samstagabend. Ähm, nehm ich, ich nehm erstmal ein normales Spiel. Ich hoffe, das klappt jetzt. Na ey, es klappt, die haben die Server wieder hinbekommen. Schön, aber heute Nachmittag hat's absolut nicht funktioniert. Wir sehen, ob's irgendwie leckt oder so. Wir werden mal schauen. The Flynn want to move. Okay, das ist wie immer. Oh, das ist ein Blasbau, was ich hab. Schön. Bom. Bom. Ja, okay. Hat's irgendwie... ...verleine geklärt. Ich arbeite mit Gift. Schön zu wissen. Tot. 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 Wow. So, ich mach die mal kurz kaputt hier. Oh je, das ist ja ganz viel viel hier, dass ich hier mal ankomme. Aber es ist schon mal schön, dass ich einen Fernkampf hier habe, das gefällt mir viel besser. Messer-Geschön! Schönen, dann kann ich hier reingehen. Das ist doch Militia. So burning bodies. Okay, der Quatsch schrecklos irgendwie sind loszu. Okay, die quatschen mich alle nur so was zu. Questmarker an meinem Map, okay. Dann geh ich mal dahin. Ich hab wirklich die U3 noch nicht gespielt, noch gar nicht. Und deswegen lauf ich einfach mal hier überall. Das ist doch bestimmt... Teleportsteine oder so? Sieht aus wie was da... Die haben nur zwei Teleportsteine. Ähm, ja, dann gehen wir halt mal daheim. Ähm, da, mit dem soll ich reden. Klee. Du bist Lea. Der Kapitän sagt, dass du überlebt, bevor du aufhörst. Der Sound ist schon mal sehr geil. Also die Aussprache. Oh, Deckard Cain ist tot. Nein, ist, ist, ist... In den Tiefen. Okay. Ich bin zurück hier, um die Militia zu rallyen. Aber... Warte auf! Die Wälder sind aufhörst! Hm, ich muss drüber laufen. Das ist immer schön. Ähm, Activate Skill. What? Achso, hier. Choose Skill. Gasp of the dead. Accept. Close. Oh, nett. The dead will overwhelm us all, unless something is done. Da ist eine tiefste Krankheit hier. Aber es kann behalten. Na klar. The Hexendoktor. The Hexendoker. Heilt natürlich. Was gibt's nicht hier in Leas Room? Gibt's irgendwas, was man sich anschauen kann? Leas Book? Ah, das ist ja auch nicht. Du hast schon verdorben. Ah, XP. Sie sind unter Siege seit sechs Tagen. Uncle Deckard ist noch nicht verloren. Captain Rumford und die anderen verlieren Hoffnung. Ich sage ihnen nicht, die Hoffnung verlieren. Aber wenn Hilfe nicht bald kommt. Irgendwie brauche ich mal ein bisschen Klamotten oder sowas. Das ist ja schrecklich, wenn ich so nackt rumlaube. Wie so'n... Ja... Wie soll ich's nennen? Oh... Merchend. Äh... Ne... Clothespants. Joa... Könnte man nehmen. Kann man das einzig mitnehmen kann. Oder nehme ich die mal. Ohja... So, wenn ich ein paar Hosen an habe. Schön. Aber irgendwie ändert sich nichts mehr aussehen. Kann ich mich verarschen? Ach, Mann. Da hab ich viel gekonnt. Na, jetzt hab ich ins Rüstung. So... Wie kann ich helfen, um die Rüstung zu kämpfen? Ich liebe deine courage, aber Kapitän Dalton und die Militia wurden von diesen Dingen verletzten. Nur ich überlebt. Der Schmerz hat seine Menschen geschaut. Ich werde sie honorieren. Sie schrauben die Barrikade! Lass mich doch mal die da hinten treffen. Meine Fresse. Sie sind in den Rüstungen. Ah, nicht. Meine Rüstung. Ja, okay. Meine Rüstung sind... Bemalungen. Ja, okay. Dann laufen wir weiter. New Tristram. Bam, 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 bam. Mh. Mir gefällt doch. Da war eben alles kaputt hier. Meine Health Potion. New Law. WTF? Bedeut! Bedeut! Bedeut. So- Wof! Oh, ich kann ihn auch kaputt schießen, okay, cool. Macht zwar für mich nicht so viel Sinn, aber okay, ich kann ihn auch kaputt schießen. Jo, alles noch easy-easy, logisch, ist ja noch das erste Level. Kommt. Oh, die Starre Steine können jetzt schießen. Okay, das darf ich benutzen. Aha, Poison dort, oh, das kostet ja Mana. Sollten wir vielleicht mal drauf achten, dass man hier so rumschießt, aber irgendwie, 160 Mana, was nicht weniger wird. Ähm, ja, das ist halt doch noch eine Beta. Geiler Bug. Das ist echt super, ich hab unendlich Mana. Das hätte ich gerne im normalen Spiel, dann geht's easy-easy durch. Easy-peasy ist es dann. Da geht's runter. Ja, ja, die Tussi. Stopp. Geht doch. Okay, Wretched Monsters. Oh, und Damage Boots. Oh, besser ist gar nichts. Ich bin immer noch nackt, ey, ist das so schrecklich. Äh, Damp-Seller? Gehen wir da rein? Was gibt's denn hier? Oh. Oh. Needs more time. Okay. Oh, da ist noch einer. Ich kann mir ne Axt noch zulegen. Ne, aufhören. Ah, die Noe kann ich das. 1,73,0 Dammit pro Sekunde. Ich glaub, behalte ich meins lieber und mach das wieder da hin. Was ist denn in meiner Attacke? Skills? Ne, das suche ich nicht. Ich suche. Winter Quest Journal Game Mode. Okay. Hm. Ultras Trampen. Was ist denn da? Dahinten ist irgendwie ein Bug. Weiß nicht, ob das Bug oder Absicht ist. Geh mal da hin. Sieht ein bisschen buggy aus. Oder einfach nur Scheiße. Te-te-te-te-te-te. Man kann den Radius für den Aufsammler von Gold bisschen erhöhen. Das, dass ich genau wo drüberlaufen muss, das ist irgendwie nervig. BAM 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 Ja, ich bin normalerweise eher Battlefield, so Special, beziehungsweise... Boah, ich schaue nicht wieder du! Dreckstrussi Hoops, Spiders Skills Accept Accept Close Need more time Ähm, wie kann ich da noch mal einkaufen? Ja, das wollte ich schon, zurecht finde ich Super, das ist doch Quark! Ehrlich! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!